jetzt berechnen wir noch mal der statische moment für funktionen das heißt wir haben hier einmal ein gebilde geben wo wir eine funktion haben und sollen das einmal s2 berechnen wieder dazu haben wir hier die schon bekannte formel auch hier wieder wir kennen ja die formel für den schwerpunkt 1 ist 1 durch a integral x-dach 1 d a und wir lassen einfach dieses 1 durch a weg und haben dann s2 das heißt man muss sich auch hier nur eine formel merken und zwar die vierten schwerpunkt und hat dann dieses statische moment schon direkt inbegriffen vorgehen tun wir eigentlich exakt so wie bei den schwerpunkten die funktion waren den ersten schritt würde ich mir wieder überlegen wo sind unsere positiven beziehungsweise negativen quadranten und zwar haben wir jetzt hier einen schwerpunkt um die s2 achse gesucht das heißt s2 ist um die s2 achse also alles was in x1 ist positiv das heißt oben rechts der quadrant ist positiv unten rechts der quadrant ist positiv und unten links der quadrant ist negativ das bedeutet wir können jetzt schon sehen wenn wir mal gucken was ich alles um die x2 achse spiegelt dass ich da was weg kürzen kann gesehen ok minus f von x1 ist quasi die gespiegelte wert von minus fx von minus 1 so die beiden sind nur gespiegelt bedeutet beim staatlichen moment kürzen die beiden sich weg und die müssen wir nicht beachten also müssen uns nur auf den oben rechten quadranten einmal berechnen und haben dann auch unser endergebnis so das machen wir hier wieder so wie wir es kennen wir haben für x1 alles gegeben f von x ist gegeben als f von x 1 so wir haben hier nur noch x1 drin und unsere formel läuft auch über x1 super wir müssen hier keine funktionen umrechnen sondern können das einfach so benutzen setzen dann unser d a ein das ist dasselbe wie wir es hatten bei den schwerpunkten und setzen hier die funktion einmal ein können dann das x reinziehen kommen auf diese funktion und dann lösen wir einfach das integral wie wir es kennen ab hier könnte auch wieder der taschenrechner benutzt werden wenn er integral lösen kann und dann springt man direkt zum endergebnis den richtigen grenzen da ist auch nichts neues das haben wir alles schon gemacht bei den schwerpunkt berechnungen hier einfach darauf achten dass man dieses 1 durch a einfach weglässt und man hat die formel für schwerpunkt und auch wieder auf achten s2 ist um s2 achse um die x2 achse also benutzen wir x1 so jetzt noch eine etwas komplexere aufgabe für funktionen wir haben jetzt hier zwei funktionen geben die untere f von x läuft hier unten lang und geht hier hoch und die g von x die läuft als gerade hier einmal durch und jetzt sollen wir s1 berechnen also hier an der stelle sollen wir einmal s1 berechnen das heißt ich schreibe mir die funktion die formel einmal auf s1 punkt 1 bedeutet für mich jetzt das ist s1 bezogen auf f von x sozusagen diese fläche hier komplett also der statische moment dieser fläche ist mein s1 punkt 1 und jetzt sehen wir auch schon okay diese fläche die ist ja an x2 genau deswegen s1 ist gleich integral von x2 da und jetzt müssen wir bei dem da auch f von x2 einsetzen d x2 wir haben aber meistens die funktion hier oben als f von x1 gegeben an dieser stelle müssen wir uns einmal die funktion aufschreiben hier f von x1 ist ja 1 durch a mal x dach 1 quadrat und das ist ja gleich x dach 2 also man kennt das ja ganz aus der schule y ist gleich mx plus b eine ganz normale geradengleichung und dann hat man ja irgendwann gesagt okay das y ist gleich mx plus b ist gleich f von x ist gleich mx plus b in unserem fall nehmen wir das y dach 2 und das f ist dann f von x dach 1 so und deswegen können wir das so aufschreiben und dann kann man diese funktion einfach umformen das heißt macht hier mal a und zieht anschließend die Wurzel und dann haben wir die funktion f von x dach 2 und die setzen wir jetzt auch hier ein und dann rechnen wir ganz normal weiter wir lösen dann das integral auf also als erstes wenn wir es also hier könnte man auch wieder im taschenrechner sofort einsetzen für den taschenrechner ist es egal ob da x2 oder x1 steht der setzt einfach nur x1 und wir müssen die richtigen grenzen einsetzen wir machen das jetzt hier einmal so auch dieses integral ist nicht wirklich schwierig man muss halt darauf achten dass man weiß wurzel ist ein halb als exponent dann können wir den aufteilen hier an dieser stelle dann können wir das x2 zusammen ziehen also die sind ja multipliziert das heißt die exponenten addieren sich kommt dann drei halber als exponent und dann können wir das wurzel ein halb hoch ein halb ist also hoch ein halb ist ja wurzel a das können wir vorher das integral ziehen weil es ja konstant ist und dann müssen wir nur noch x2 hoch drei halbe integrieren und das ist ja einfach exponent um ein erhöhen und davon den kehrbuch davor schreiben das ist auch nichts wirklich schwieriges das ist eine thematik 1 integral rechnung und so hat man dann dieses statische moment 1.1 berechnet hier oben steht x2g was ist das für ein wert das ist einfach hier oben der abschnitt bis zu wem bis zu welchem wir jetzt das berechnen sollen also bis zu diesem schnittpunkt der beiden geraden und der ist auch gegeben so wenn das stände jetzt rechnen der statische moment s1 bis zum schnittpunkt dieser beiden geraden dann müsste man den auch noch berechnen aber das passiert eigentlich so gut wie nie meistens ist er geben ansonsten einfach den punkt suchen wo die begraden sich halt schneiden so jetzt fehlt uns ja noch diese andere fläche also die hier der statische moment dieser leeren fläche ja sozusagen von g bezogen zur x2 achse und das rechnen wir halt genauso aus s 1.2 nicht dieses mal jetzt setzen wir nur für da setzen wir jetzt nicht f von x an sondern die von x dach 2 mal die x dach 2 und um das zu erreichen müssen wir dieses g x dach 1 auch umbauen zu einem g x dach abhängig von 2 und das machen wir hier genauso in diesem fall ist also sehr simpel wir teilen einfach durch b und haben dann eine funktion x 1 abhängig von x 2 dann setzen wir diese funktion hier ein und gehen wieder genauso vor wir lösen jetzt einfach das integral auf indem wir zuerst das zusammen ziehen an dieser stelle den konstanten term nach vorne ziehen vor das integral und dann wieder als grenze diesen wert im schnittpunkt einsetzen kommen hier auf das auf das darf den schwerpunkt der statischen moment nicht schwerpunkt sondern statischen moment ist 1.2 hierbei hätte ich eigentlich von anfang an einem minus vorsetzen müssen das ist mir gerade entfallen denn wir sagen ja das ist eine leere teilfläche und den setzen wir einfach ein negatives vorzeichen vor das heißt hier ist ein negativer wert und das ergebnis das ist dann die summe von beidem also hier s 1.1 plus s 1.2 ist dann 0,576 meter hoch 3 man könnte auch vorher gesagt haben okay ich rechne einfach das statische moment s 1.1 aus und das statische moment s 1.2 rechne ich auch aus aber setze es nicht negativ ich habe sie jetzt negativ gesetzt weil ich ja weiß dass es eine leere teilfläche ist sondern dass das positiv und der ende sage ich okay allein durch mein verständnis weil ich das ist 1 ist gleich s 1.1 minus s 1.2 so dann kommt man auf selbe das minus kann man davor schreiben muss man nicht ich mache es immer gerne da habe ich immer denselben ablauf das ist eben selbst je nachdem wie hoch das verständnis hat für die sachen ist man sieht ja auch dass das statische moment von f von x größer ist als g von x weil allein die fläche größer ist so also hier diese ganze fläche ist er größer als diese teilfläche so hier bei dieser aufgabe war einfach noch wichtig diese transformation von den funktionen zu machen das heißt wenn man eine funktion abhängig von x 1 ergeben hat die einfach umstellen zu einer funktion die abhängigkeit von x 2 ist das ist nicht wirklich schwierig man schreibt sich einfach diese ausgeschriebene funktion hierhin man kennt das ja von damals noch dieses y ersetzen wir einfach durch f von x so machen wir das hier auch und dann kann man auch alle aufgaben für funktionen lösen das war auch alles zum thema schwerpunkte und statische momente wenn es noch aufgaben gibt die interessant sind die wir es nicht gerechnet haben bitte einfach eine nachricht schicken dann gucken wir mal ob wir die fläche noch einsetzen